willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten und ja im titel habt ihr gesehen mehr recht als schlecht oder mehr schlecht als recht das kann man beidseitig eigentlich sehen ich bin im clan deutschland ich hatte eingeladen hier zur liga ein wenig mit rathaus 10 und mit rathaus 9 hier in der gold liga glaube ich sind wie ich muss mal eben schauen mal klar wir sind klar level 13 und wir sind in gold 1 ja das ist jetzt nicht so so wild und mehr als ein gl have fun toto ist hier auch nicht drin denn ihr seht das so ein bisschen auch das ist ein account dem ich spiele ich jetzt nicht so wirklich oft auch jetzt zwei angriffe gewonnen ein verloren beziehungsweise einen oder doch eine dev habe ich schon gemacht hier denn die bespiele ich die bespiele ich schon also ich hole mir täglich meine meine tage james ab und mache auch ab und zu mal einen angriff hier mit mit den truppen auch mal im nachtdorf um einfach im pass so ein bisschen dabei zu bleiben am ende wird das dann immer ein bisschen eng ich müsste eigentlich viel viel mehr machen denn am ende wird das dann immer ein bisschen eng und ich muss so unendlich viel dann machen das natürlich ein bisschen dusselig aber hier muss ich jetzt erstmal glaube ich mit den mit dem mauer heinis rein und also mit dem mauer brechern oder wie sie hier auch mal heißen die tage hat jemand gelacht mauer heinis ja ich nenne sie halt immer so ich nenne sie halt immer so da müssen die jetzt auch rein kommen die dadurch die kommen in jedem fall hier in die mitte rein da ist jetzt auch kein zerschmetterer der mich jetzt erst mal daran hindert glaube ich dass das rathaus zu holen bzw die meisterhüte zu holen und dann können wir hier außen noch so ein bisschen prozente baggern einmal hier einmal das lager und adi die das labor hat ein bisschen viele treffer punkte kriegen wir das noch weg ja das kriegen wir noch weg und da sind die noch mal gerade so abgelenkt aber ich glaube mit einem jetzt oder mit zweien jetzt noch auf dem lager kriegen wir die 80 hier noch 85 haben wir schon und außen fährt noch eine kanonkarre okay außen fährt noch eine kanonkarre aber die wird sich sicherlich gleich gleich auch dem tod geweiht sein irgendwann fängt der bogenschützenturm anzuschießen spätestens wenn sie anfährt da ist er schon drauf und damit ist auch kaputt aber die schafft auch noch die kaserne hier 93 prozent das sieht zwar immer gut aus hier aber oftmals erledigt mich der gegner hier einfach mal mit 100 prozent und er ist auch noch dabei auch das ist eigentlich immer ein zeichen ich habe jetzt auch recht lange gebraucht und wenn der noch länger braucht dann liegt mein dorf meistens ganz brach aber nein 79 prozent und es hat wieder gehalten gegen nachthexen wunderbar ich denke mal das wird die karre nicht mehr schaffen gegen die starke doppelkanone doppelkanone ist hier echt eine starke eine starke abwehr den haben wir mal gewonnen und auch hier glaube ich kann ich ja eigentlich mal was anstoßen ich bin hier ich muss hier nicht mehr ganz so viel machen aber so ein bisschen lasse ich ab und zu auch mal meine bobs hier oder meinen einen bauarbeiter laufen das machen wir jetzt auch mal mit einer sprungfalle das gleiche mache ich eigentlich auch hier und bowler gift ich weiß gar nicht hier ist auch mal ja ich bin hier alleine ihr seht das wir sind hier halt nur dann da wenn wir unsere angriffe hier in der liga machen da gehe ich jetzt auch mal rein das ist ja eigentlich ist traurig es tut mir unheimlich leid für die jungs hier oder für die spieler und spielerinnen ich weiß nicht ob die spielerinnen auch dabei sind aber wir haben hier den ersten klang krieg den habt ihr noch im live stream glaube ich gesehen den haben wir ganz 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 gut gewonnen mit 35 11 das ist auch der letzte clan der hat hier bei uns elf sterne geholt jetzt guck mal wie viel er erst insgesamt hat 19 sterne ja also die sind wirklich jenseits von gut und böse aber danach ging es für uns das das wusste ich auch kontinuierlich bergab denn wir mussten uns immer gegen neuner beziehungsweise ja gegen neuner im unteren bereich das war noch in ordnung aber wir haben halt die bis zur nummer vier bis zur bis zur fünf der schief ist das letzte oder das erste rathaus neundorf und da haben wir teilweise versucht hier zu verschlimmbessern ihr seht auch hier greift auch nicht jeder an ich habe jetzt auch schon ein angefiel verbummelt weil zeitmäßig nicht passt der läuft irgendwann morgens aus das ist auch immer sehr doof da denkst du dann nicht gerade dran dass hier um halb zehn oder so ein klankrieg ausläuft und auch hier immer zwölfer immer zwölfer da oben das zieht sich dann bis hier unten hin ja noch ein zehner also es ist echt bock bock schwer hier für die für die jungs und ich hoffe dass sie hier einige haben sich hier schon ihre sterne reingeholt das heißt also haben schon acht sterne gemacht und acht sterne oder mehr einige müssen es noch machen ich habe hier auch erst lumpige zwei sterne gemacht ich guck mal dass ich heute nicht noch mal noch mal irgendwie so ein stern hole im live im live stream oder so weiß ich noch nicht beziehungsweise dass der liegt ja jetzt erst in der zukunft und ich mache dort ja einige oder habe dort einige live angriffe gemacht mit meinen dörfern denn die lagen alle mal so am abend und dann kannst du auch mal ein bisschen live was machen wie hat er hier das eigentlich gerettet ich gucke mal was der du hier gemacht hat auch hier das sind einfach das sind normale rathaus neuner manchmal ein bisschen bisschen zu niedrige helden das ist halbfach aber ansonsten ihr seht der gegner hat auch nicht besser an der siebener queen und achter king das jetzt auch nicht gerade das wahre vom ei aber es ist immerhin rathaus zehendorf auch wenn er keiner oder wenn es keine infernus hat ist doch schon sehr verdient sehr viel defensive auf einem höheren niveau als es ein rathaus neun gewohnt ist und dementsprechend schwierig ist es hier auch irgendwas zu reißen zum rathaus kommt man jetzt glaube ich nicht mehr wirklich aber man kann natürlich mit schweinereitern eine gute option prozente eiern also ein bisschen prozente machen hier außen stand übrigens doch einen entfernen habe ich gerade gesehen aber dann sind hier auch ist hier auch unter umständen eine riesenbombe mehr als das im rathaus neun bereich hast und die die hockrider auch wenn der duo hier die schon auf fünf hat die gehen hier aber noch ganz ganz gut durch muss ich sagen heilzauber nicht ganz optimal getroffen eine mitte aber da waren auch 2x mögen schon auf 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 4 auf die hocks und das ist dass du nicht ganz einfach ich meine auf rathaus zehn gehen die auf sechs hoch da sind ein bisschen effektiver aber hier machen sie in jedem fall die prozentliche da sind sie 50 prozent und außen noch mal mit mit zwei loons aber selbst glaube ich zwei loons auf einem bogenschützenturm level das müsste eigentlich level 13 sein ja gerade so geschafft jetzt kommen natürlich schon knabber skeletti raus also eine rat aus zehn base so in der form ist nicht ganz einfach für unsere jungs hier und ich bin denen aber in keinster weise in überhaupt keinster weise sauer wenn sie hier auch mal null sterne holen oder auch hier push to legends ist ein guter rat aus neuen angreifer auch nur mit queen okay aber ich muss fast so ähnliche base machen mal gucken dass da nimmt er die taktik die ich heute abend dann auch an tag legen werde gegen den elfer gegen den ich muss aber ich muss erst mal lange bauen und auch mit meinen anderen dörfern muss ich so ein bisschen am ball bleiben und hier habe ich auch immer alle zeit der welt hier baue ich dann meistens abends wenn ich ins bett gehe baue ich hier und dann habe ich morgens die truppe und kann eben angreifen habe dann in etwa schon plan weil ich natürlich auch lange zeit hatte mir die bases anzuschauen und dadurch dass das hier morgens dann ausläuft aber auch er geiert hier erstmal außen prozentig guck mal wie das hier eigentlich klappt da die sind den elektro da muss man natürlich irgendwie wegkriegen oder man schickt ihn halt immer in irgendeine ecke das macht er ja auch wir kommen jetzt erdbeben zauber was hat er noch dabei ein sprung der muss er jetzt irgendwo gehen gleich und dann hat er natürlich nur eine queen kein king so ein king kann auch entscheidend sein es ist natürlich schade dass man auch hier nicht mit allen helden angreift aber wie gesagt ich mache er so macht er das richtig er schickt da hinten den drachen einfach hin das hätte ich jetzt auch so getan damit er hier den angriff weiter machen kann genauso wäre ich auch vorgegangen jawohl sprungzauber da geht er raus queen und hexen so ein paar so ein paar hexen noch mit dabei ein paar bowler dabei um jetzt in richtung rathaus zu gehen mal sehen ob sie truppen wirklich richtung rathaus zieht bei dem rathaus halb elf hier also es ist eine elfer rathaus aber die geht auch schnurstracks drauf mich wundert es jetzt eigentlich dass er das rathaus hat doch das rathaus hat er gepackt 42 prozent und jetzt fehlt sie natürlich ein bisschen an den prozenten 43 queen ist noch zündbar hier ballern hier das sind nur zwei x bögen der eine und da unten ist schon auf 4 44 prozent ja und dann ist halt am ende wieder ein bisschen eng da hat es nicht ganz gereicht oder muss ich mit meinem angriff auch ein bisschen aufpassen denn gerade so eine elektro drache den mag ich den mag ich auch gar nicht in der klaren book aber mit meinen mit meinem 30er also ich muss fast so eine gleiche oder so eine ähnliche base werde ich dann angreifen und muss muss nur sehen der hier hat allerdings schon adler auf zwei muss dann halt nur sehen dass ich hier den die klaren book nicht nah kriegt die klaren book jetzt nicht mehr da dass ich die klaren book vorher nicht raus hole denn hier hinten kann schon sein dass meine baby drachen ein bisschen weiter gehen und die klaren book locken und dann habe ich natürlich unter umständen eine kleine nase auf eine pappnase nämlich aber mal sehen auf attack gehe ich jetzt nicht sondern ich mache hier auch immer immer wieder meinen angriff gerade für ein passier kann man ja mal machen und ich spiele auch glaube ich mit euch viel zu wenig rathaus 9 da schreibt mal in die kommentare ob ich mal wieder so ein bisschen mehr im rathaus 9 bereich machen soll ich habe da noch ein chefkoch ja da ja einiges noch zu erledigen hat und dann kann ich das sicherlich mal wieder einbauen hier mit rathaus 9 hier anzugreifen jetzt muss ich mal eben gucken wann der bogenschützenturm da schießen jetzt beide drauf wer woll ja das ist jetzt nicht so gut ich muss mal sehen dass ich die hier an der seite rein kriege die mauerbrecher ja da schaffen das ok da schaffen die mauerbrecher ist und dann ja ich habe jetzt keine klaren book das macht macht jetzt aber nichts wir nehmen hier den sprung zauber hier direkt da wo immer der tesla kommt keine frage und dort können wir jetzt auch unsere paar truppen hier ganz gut in wut reinschicken wir nehmen hier mal so ein bisschen gift vielleicht für den king dass der bisschen verlangsamt ist hier und ihr seht dass hier 30er helden sind schon nicht schlecht rathaus 9 bereich mit 30er helden ist schon schon eine krasse sache einmal hier einmal da einmal da dann nehmen wir hier einen hund und wir nehmen hier einen hund wir haben vier eilzauber dabei die kommen mir jetzt komplett über den über den flächenschaden und die gehen aber schlecht über den flächenschaden hier stelle ich gerade so fest 123 123 müssen jetzt in jedem fall weiter fliegen ach ich sehe schon die knabby skelette und jetzt 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 geht mein ding da endlich auf also ein lavahund ist schon mal geplatzt glaube ich und ich nehme jetzt hier noch mal ein eilzauber hier können wir schon ein bisschen clean absetzen einfach so ein bisschen so ein bisschen zum üben so ein bisschen um drin zu bleiben hier kommen komm 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 geht dadurch jawohl da gehen die noch mal durch und ich habe noch ein lavahund offen also auch dass das geht ganz gut hier ist aber auch eine farm base die ist jetzt nicht nicht so wirklich stark so bleibe ich auf jeden fall hier im rathaus 9 bereich so ein bisschen dran mit standard techniken laloon oder auch gohawk oder pecker walk oder was auch immer es für taktiken hier noch im rathaus neuen bereich immer wieder gibt und so haben wir hier drei stellen mal gemacht also bin ich im pass in jedem fall ganz grün ich müsste jetzt nur spenden das spenden ist hier ein bisschen ja ab und zu kann ich auch mal spenden aber es ist jetzt nicht ganz so viel ich werde jetzt schon mal die armee vorbauen wir brauchen also auch hier einen davon ich glaube ich nehme immer 13 stück von denen hier mit 1 2 3 4 5 von denen und dann haben wir noch ein bisschen was offen was nehme ich denn da eigentlich nur mit bola oder war das eigentlich mehr mehr von den anderen jetzt muss ich noch mal gerade reingucken oder da greift mich der gegner an scheiße da schafft er auch noch drei sterne mist haben wir jetzt haben wir live leider verpasst gucken wir mal wie das gemacht hat mit sein ich wollte gerade ich wollte gerade sagen gucken wir mal wie das mit seinen elektro drachen gemacht hat ich meine wenn du als rathaus elf der jetzt auch nicht so gute helden hat nicht mit seinen elektro drachen ein rathaus 9er dorf angreifst aber ich habe schon wie heißt es immer pferde vor der apotheke kotzen sehen ich habe auch schon elfer fällen sehen die hatten dann nämlich noch kleinere helden hatten dann zwar ihre ihre elektro drachen auf zwei aber sind auch durch eine 9er base nicht durchgekommen und das ist dann schon ganz ganz bitter und ganz ganz arm wenn du als rathaus elf nicht mal ein rathaus 9 niederringen kannst mit elektro drachen oder lunes oder la lune oder was auch immer hier braucht er noch nicht mal seine helden einsetzen also hat er gut gemacht tolle wurst mein gott aber wie hat er das hier oben noch mal gemacht jetzt muss ich noch mal eben schauen was er an truppen dabei hatte er hat ein paar ok sieben davon sechs davon okay hat ich nämlich eigentlich nicht mit dann nehme ich immer lieber ein bisschen weniger von den anderen glaube ich mit aber ich denke mal wir nehmen die hier mit 17 stück und an zaubern brauche ich immer ein sprung 1234 von denen und einen hier einen da wir brauchen hier doppelgiftern falls dann an drache rauskommt also kurz das update hier aus dem clan deutschland wir neuner hier schlagen uns mehr recht als schlecht und ich glaube wir werden die liga hier auch ich bin mir nicht ganz sicher wir spielen ja jetzt gerade aktuell gegen den ersten und müssen noch gegen big back türk hier ran jetzt schaue ich mal gerade wo die stehen auch die sind auch dritter ich glaube das wird auch recht eng hier dadurch dass wir eingewonnen haben sind wir noch nicht ganz so offen absteigenden ast aber gegen gegen apple warriors glaube ich da waren wir schon dran und im letzten müssen wir gegen chimps heißt es glaube ich da sind ja die sind auch leicht über uns mal gucken dass das blatt kann sich noch wenn wenn wir denn hier als sechster rausgehen sind es immerhin für die die hier mitgespielt haben sechster platz 164 marken ich hoffe dass sich die leute das hier holen ich gönne es ihnen in jedem fall und hoffe dass dass wir hier das ja ich muss mal gucken was wir hier im kleinen deutschland ligamäßig weitermachen also ich habe jetzt festgestellt ich glaube mit neunern geht das hier nicht mehr gut und das nächste was hier glaube ich auch ansteht ist ein only rathaus zehn klaren krieg danach machen wir erst ein achter klaren krieg weil wir jetzt erst die neuner hatten nehmen wir vielleicht erst mal zehn mal gucken dass wir dann aber nach nach meinem urlaub erst sein das wird also noch ein bisschen dauern ich hoffe die folge hat euch trotzdem gefallen und ja da gucke ich jetzt gar nicht mehr hin ich hoffe die folge hat euch trotzdem gefallen wenn ja dann lasst mir einen daumen nach oben da und wir sehen uns mit weiteren folgen und natürlich mit live streams hat er dann hatte okay das schwert da kreuzen sich die schwerter nicht mehr mit mehr weiteren live streams sorry am wochenende bis dahin euer tuto bis dahin